Das, was ich jetzt mache, ist brandgefährlich. Direkt gegenüber ist ein Admin. Und Leute, ich werde jetzt so tun, als wäre ich ganz unschuldig. Ihr seht schon, was ich vorhabe. Er hat es noch nicht gecheckt, Leute. Und Versuch Nummer 2, okay. Wir fahren hier nur. Ich bin undercover unterwegs, Leute. Hello there. Alles gut? Wie kann ich dir weiterhelfen? Warst du das? Was meinst du? Ah, okay. Das ging gerade nochmal gut, Leute. Wir sind ganz unschuldig am Bäumefarm. Ich mache es direkt nochmal. Da kommt er wieder. Wir haben nichts gemacht. Stopp. Was ist los? Du bist das doch. Was meinst du? M-I-T den Eiern. Äh, welche Eier meinst du? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Sicher? Ja. Oh Gott. Okay, nochmal. Ja, wir sind hier gerade. Oh Gott, ich habe das Ei noch in der Hand. Was ist los? Du verarscht mich doch. Es reicht. Verdammt nochmal. Nein, bitte nicht bannen. Bitte nicht bannen. Ich habe doch nichts gemacht. Pro Like schenke ich ihm noch ein Ei.